Abgeschlossen, wir haben das Ordnungspunkt 4 der zweiten Aktuellen Stunde, die unter dem Thema Klimaschutz in und nach der Corona-Pandemie eingeladen worden ist. Hier ist Einreicher Bündnis 90 Die Grünen, die jetzt mit Herrn Dr. Deppe starten kann. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger im Livestream. Seit sechs Monaten leben wir in der Corona-Krise. Die Bedrohung durch das Virus hat zu den drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Geschichte der Bundesrepublik und in der Geschichte Dresdens seit der Wende 1989 geführt. Unsere Wirtschaft hat den größten Einbruch seit der Wende erfahren mit teilweise existenzbedrohenden Auswirkungen für viele Menschen in unserem Lande. Die Corona-Krise ist noch nicht zu Ende, aber wir dürfen hoffen, dass wir das Schlimmste überstanden haben. Überstanden dank eines großartigen Zusammenstehens in der Gesellschaft und dank eines entschlossenen und umsichtigen staatlichen und kommunalen Handelns. Der Blick auf die Corona-Krise darf uns aber nicht davon ablenken, dass wir schon seit Jahren und auf eine Zeit hinaus in der Corona schon fast vergessen sein wird, in einer noch viel größeren Krise leben, der Klimakrise. Die Erderwärmung und die Veränderung des Klimas schreiten rasch voran und wir können die Folgen auch in Dresden erleben. Mit unerträglich heißen Sommertagen, mit absterbenden Bäumen aufgrund der Trockenheit, mit ständig sinkenden Grundwasserspiegeln. Weltweit sind wir weit davon entfernt, das 1,5 Grad Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung zu erreichen, auf das sich die Staaten dieser Erde auf der Pariser Klimakonferenz 2015 verpflichtet haben. Neueste Untersuchungen zeigen vielmehr, dass wir uns gegenwärtig weiterhin auf einem Pfad bewegen, der zu der Horrorvision einer 4 bis 5 Grad Erderwärmung zum Ende dieses Jahrhunderts führen wird. Mit allen Folgen, wie Überflutung weiter Landgebiete auch in Europa und Versteppung weiter Teile Deutschlands. Rasches Handeln zur Treibhausgasreduktion ist daher weltweit nach wie vor das erste Gebot der Stunde. Daran ändert auch die Corona-Krise nichts. Der Klimawandel legt keine Pause ein. Stattdessen gibt es aber derzeit eine Einstellung, die sagt, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen die Wirtschaft ankurbeln und dafür zum Beispiel auch den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren fördern. Haben wir nicht schon genug getan mit der Reduktion unserer CO2-Emissionen um mehr als 30 Prozent seit 1990? Sind jetzt nicht erst mal andere dran? Sicher können wir in Deutschland nicht allein das Klima retten. Aber wir stehen nach wie vor in einer besonderen Verantwortung. Mit 10 Tonnen CO2 pro Kopf und ja, sind wir nach wie vor relativ gesehen einer der größten CO2-Emittenten weltweit. Wenn wir nicht entschlossen handeln, werden es andere erst recht nicht tun. Dass wir entschlossen handeln können, wenn es darauf ankommt, hat uns aber die Corona-Krise gezeigt. Wirtschaftswachstum hatte plötzlich nicht mehr die erste Priorität. Die Menschen haben bewiesen, dass sie bereit sind, Verzicht zu üben und gravierende Einschränkungen ihres persönlichen Lebens zu akzeptieren, wenn es um das Leben und die Zukunft aller geht. Im Vergleich dazu sind die Veränderungen, die der Weg zur Klimaneutralität uns abverlangt, wesentlich geringer. Ja, im Gegenteil, sie schaffen sogar neue Lebensqualität. Was bedeutet das nun für uns in Dresden? Was können wir in Dresden tun? Nun, wir müssen schneller mit dem Einsatz erneuerbarer Energien vorankommen. Das Solardachprogramm muss ausgeweitet werden. Wir haben in Größenordnungen städtische Dächer, die mit Photovoltaikanlagen bestückt werden können. Und nach gut zehn Jahren haben sich diese Investitionen amortisiert. Meine Frau und ich, wir sind selber derzeit dabei, eine Photovoltaikanlage auf unserem Dach zu installieren und alle Rechnungen zeigen, dass eben diese Investition nach zehn bis elf Jahren wieder amortisiert ist und dass wir danach quasi Gewinn machen. Und was für einen Privathaushalt gilt, das gilt auch für die Stadt. Und so sollten wir denken, wenn wir über solche Investitionen auch im städtischen Haushalt nachdenken. Unser städtischer Energieversorger Drewag muss entschlossener als bisher den Weg zur Klimaneutralität beschreiten und entsprechend investieren. Wir brauchen einen Wärmeplan für die Stadt und müssen mehr investieren in die energetische Sanierung von alten Schulen, Kitas und anderen städtischen Gebäuden. Wir müssen die Bedingungen für den ÖPNV und Fahrradverkehr weiter deutlich verbessern, um den motorisierten Individualverkehr nachhaltig zu reduzieren. Wir brauchen mehr Grün, gerade in überwärmten Stadtteilen, um das Stadtklima zu verbessern. Wir müssen mehr Grünanlagen schaffen, Straßenbäume pflanzen und Fassadendachbegrünung bei Neubauten erreichen. Im Gegensatz zu dem, was manche so meinen, sind unsere Handlungsmöglichkeiten groß. Sie erfordern allerdings auch, dafür eine ganze Menge Geld in die Hand zu nehmen. Was hier möglich ist im städtischen Handeln, hat die Corona-Krise in den letzten Monaten gezeigt. Es sollte uns ein Vorbild sein für die Bewältigung der noch viel größeren und länger wirkenden Krise des Klimas. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Deppe. Wir setzen damit fort, indem wir in die Fraktionsrunde eintreten. Es beginnt die FDP-Fraktion. Herr Blödner. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Aktuelle Stunde Klimaschutz in und nach der Corona-Pandemie. Wenn man ehrlich ist, hat die Corona-Pandemie zu einem sehr umfassenden Klimaschutz geführt. Die Fabriken wurden runtergefahren, der Verkehr hat sich halbiert, Flughaarreisen und Tourismus sind zwischenzeitlich quasi ausgesetzt worden. Und den Konsum, beispielsweise im Textilbereich, hat sich deutlich reduziert. Daher müsste man sich beim Antragsteller der Aktuellen Stunde ja eigentlich freuen. So viel Verzicht gab es noch nie. So viel Reduktion an Treibhausgasen vermutlich auch noch nicht. Oder wie es auch einer ihrer Fraktionskollegen bei Twitter in der Folge vorgeschlagen hat, die Wirtschaft mal so richtig vor die Wand fahren lassen, um ökologisch neu anzufangen. Aber ich glaube, Corona hat auch sehr deutlich gezeigt, dass Verzicht kein Weg für nachhaltigen Klimaschutz ist. Denn es zeigt nämlich auch die harten Konsequenzen. Eine massive Steigerung der Arbeitslosigkeit, viele Existenzen stehen auf dem Spiel, Kultur und Veranstaltungen sind zum Erliegen gekommen, fehlender Welthandel hat insbesondere in den Entwicklungsländern steigende Armut zur Folge. Die Menschen machen solche Einschränkungen auch nicht lange mit. Und der Staat und auch die Stadt verlieren massiv an Einnahmen und können das Ausgabenniveau, sei es im Sozialbereich oder im Kulturbereich und in vielen anderen Bereichen, nicht dauerhaft halten, wenn es nicht schnell wieder hochgeht. Nur aufgrund des kurzen Lockdowns sind schon jetzt massive Einsparungen notwendig. Und es führt auch dazu, dass man sich viele Themen im Klimaschutz eventuell gar nicht leisten kann. Nur eine funktionierende Wirtschaft ist neben anderen die Voraussetzung, um Klimaschutz fortzuführen. Ich hatte es ja schon zur Debatte zur Klimaresolution gesagt. Man sollte mit der Debatte ehrlich umgehen. Die Möglichkeiten der städtischen Handhabe sind stark begrenzt. Vieles ist entweder Bundes- und Weltpolitik oder aber auf der anderen Ebene sehr individuell bei dem Verhalten eines jeden Einzelnen, der mehr oder weniger seinen Beitrag dazu leisten kann. Und Corona hat auch gezeigt, dass der Verzicht eben keine funktionierenden Lösungen folgen lässt. Sicherlich in deutlich härteren Umfang. Daher stellt sich vielmehr die Frage zu Technologie und Innovation und wie wir dafür als Stadt die besseren richtigen Rahmenbedingungen verbessern. Die DREWAG zeigt ja auch schon, was im Verbund alles möglich sein kann. Aber da muss man sie auch arbeiten lassen. Dort gibt es keine Lösungen von heute auf morgen. Entsprechend muss man immer schauen, was sind langfristig die richtigen Wege und versuchen auch nicht kurzfristig Sachen vorzuschlagen, die dann doch eher das Gegenteil bewirken. So und dann schauen wir mal in die tatsächliche Arbeit der Stadtrates in den letzten Monaten. Und da kann man feststellen, dass insbesondere die Grünen-Fraktion das große Ganze sehr gerne vergisst und sich lieber im Klein-Klein von Radwegsbreiten verheddert oder Symbolpolitik wie auf der Albertstraße betreibt. Anstatt stadtweite Verkehrslösungen voranzubringen und Kompromisse zu finden, die für jeden Verkehrsteilnehmer Verbesserungen bringen und damit auch für den Klimaschutz. Stattdessen passiert oft lieber gar nichts oder beispielsweise zellischer Weg geht ewig nicht voran, obwohl der ÖPNV-Ausbau ja doch das entscheidende Thema sein sollte. An dieser Stelle verweise ich auch gerne mal auf den FDP-Antrag zur Wernerstraße und möchte mich daran erinnern. Da hatten wir einen Vorschlag gemacht, um in einem Ritt dort Parkplätze auf den überbreiten Fußweg zu verlagern. Einen ordentlichen Radweg und eine Fahrbahn zu bekommen, was eine sehr, sehr gute Lösung für alle Verkehrsteilnehmer geworden wäre. Auf Änderungswunsch der Grünen wurden die Parkplätze erstmal komplett gestrichen und sollen dann eventuell im kommenden Jahr durch abgesenkte Bordsteine zurückkommen. Jetzt wurde fleißig gebaut und man hätte alles mitmachen können, aber stattdessen wissen jetzt die Anwohner nicht mehr, wohin mit ihren Autos. Es entsteht zusätzlicher Parkplatzsuchverkehr. Das ist kein Klimaschutz. Verkehrspolitik, auch in dem ökologischen Sinne, funktioniert nur, wenn man alle Verkehrsteilnehmer berücksichtigt und gute Kompromisse findet und dabei im gesamten Kontext der Stadt denkt. Dafür stehen wir als FDP. Ein anderes Thema sind dann natürlich die Finanzen. Überhaupt bisher, gerade auch die Grünen, überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mal in einzelnen konsumtiven Bereichen zu sparen, damit beispielsweise mal freie Räume für Straßenbäume, Fassadenbegrünung oder Ähnliches entsteht. Da wären wir ja mit dabei, wenn man im Gegenzug vielleicht das ein oder andere unnötige Förderprogramm streicht oder bei der Verwaltung mal mehr auf Effizienz achtet, um dort entsprechende Gelder umzuswitchen. Aber um Klimaschutz zu investieren, muss man dann auch sagen, wo das Geld im Haushalt herkommen soll. Da fehlt komplett jede Antwort bisher. Stattdessen wird überall relativ locker das Geld ausgegeben, nebenbei mal noch gefordert, die ganze weiße Flotte mit zu übernehmen. So wird es nicht funktionieren. Daher bleibt es auch bei meiner Feststellung der letzten Debatte. Wir brauchen da kein unrealistisches Wünschprogramm. Nur weil wir zum x-ten Mal hier diskutieren, hat der Baubürgermeister noch keinen neuen Radweg gebaut. Also bleiben wir lieber bei realistischen, konkreten Maßnahmen und sorgen wir dafür, dass diese auch umgesetzt werden. Das ist unsere Aufgabe als Stadträte. Und wenn wir das ordentlich langfristig machen, die Nebenwirkungen mit beachten, dann kommt die Reduktion der Treibhausgase von alleine. Dankeschön. Vielen Dank. Als nächste Fraktion die Freien Wähler. Frau Dagen, bitte. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, liebe Kollegen. In der aktuellen Stunde, so können wir lesen, setzt sich der Stadtrat damit auseinander, wie nach Abklingen der Corona-Pandemie der Klimaschutz in der Landeshauptstadt Dresden entsprechend dem Stadtratsbeschluss von Ende Januar bezüglich des Klimanotstandes wieder zur städtischen Aufgabe von allerhöchster Priorität wird. Ob an einem Abklingen wirklich Interesse besteht, das sei dahingestellt. Wir sind heute wieder auch auf Wunsch der Grünen hier in der Messe. Die Maskenpflicht besteht fort von Normalität, kann meines Erachtens nach keine Rede sein. Aber natürlich muss man an die eigene Wählerschaft denken, man muss sie pflegen, man muss sie aktivieren. Deren Probleme, wie der viele andere weniger, die des städtischen Klimaschutzes sind, eher doch wohl der eigenen existenziellen Situation. Gut, zur Begründung des Antrages. Wir können lesen, dass es in Dresden mehrere heiße und trockene Sommer gegeben habe, die zu einem Absterben von Bäumen im Straßenraum und in Parks im erstreckenden Ausmaß geführt haben. Der Grundwasserspiegel sinke rapide ab und die langfristige Wasserversorgung der Landeshauptstadt Dresden sei gefährdet, genauso wie die Gesundheit unserer Menschen. Also faktisch lese ich hier erst einmal nichts. Vor allen Dingen lese ich und empfinde ich eines, nämlich Angst mache Hysterie, Hypermoral. Und jetzt kommt noch ein bisschen Aktionismus dazu. Rasches Handeln ist daher geboten, so ist die Forderung. Und dabei geht es zum Beispiel darum, die Folgen der Überwärmung und der Trockenheit durch bedeutend mehr Baumpflanzen abzumildern. So, jetzt machen wir mal den Faktencheck, so heißt das Neudeutsch. Kommen wir zum ersten Beispiel, Baumpflanzung. Zwischen 1994 und 2009 wurden pro Jahr in Dresden ca. 1500 Bäume gepflanzt. Ab 2011 gingen die jährlichen Zuwachsraten wegen finanzieller Zwänge und verschiedenster Restriktionen zurück. Sie schwanken nun zwischen 800 und 350 Bäume pro Jahr. Das kann man so nachlesen in der Vorlage 241-20 zur Fortschreibung des Straßenbaumkonzeptes. Sie haben es alle auf den Tisch liegen, heute noch auf der Tagesordnung. Und gern verweise ich jetzt schon auf unseren Änderungsantrag. Wir lieben nämlich Bäume. Seit 2012 bestimmen die Grünen bei den Beschlüssen zum Haushalt der Stadt maßgeblich mit. Zuerst mit SPD, CDU, dann mit SPD und Linken. Seit 2005 stellen die Grünen zudem die zuständigen Bürgermeister für Umwelt und Stadtentwicklung, Bau und Verkehr. Nun ziehen wir mal ins Hazit. Im Ergebnis werden nämlich viel weniger Bäume gepflanzt als in den Jahren, in denen eine bürgerliche Mehrheit von CDU, FDP, verschiedenen Bürgerfraktionen sowie deren Beigeordnete die Stadtpolitik bestimmt haben. Nächstes Beispiel. Überwärmte Innenstadt. Ja, die Innenstadt ist überwärmt. Daher wäre es nötig, konsequent auf Grün und ich meine Stadt Grün zu setzen. Sie kennen die Prager Straße aber besser noch, der Ferdinandsplatz ist doch eine wunderbare Gelegenheit, dort eine grüne Oase mit Bäumen, Wasser und frischer Luft zu schaffen. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch an den Skulpturenpark erinnert. Es gibt ja hier auch ein paar Dresdner unter uns. Gut, aber was wollen die Grünen? Die wollen hier lieber Beton, Stahl und Glas und sie wollen einen Verwaltungspalast bauen und dafür auch noch Schulden machen, die dann kommende Generationen mühsam bezahlen dürfen. Tja, ich nehme gerne jetzt mal, Frau Dr. Vogel, die Worte aus dem Mund. Ich glaube, das ist dann hier eine sprichwörtlich hohle Phrase. Drittes Beispiel. Ach ja, das Lieblingskind, der Radverkehr. Ich nehme mir mal einen Beschluss des Stadtrates vom 12. Februar 2009. Dort wird nämlich die Oberbürgermeisterin beauftragt, eine genehmigungsfähige Planung für den Elberatweg zwischen Altwachwitz und Pillnitz vorzulegen und dafür zu sorgen, dass mit dem Bau, naja, 2011 begonnen werden kann. Es gibt eine Beschlusskontrolle vom 30. Juni diesen Jahres, elf Jahre später, davon neun Jahre mit maßgeblichem Einfluss der Grünen in Dresden. Ich zitiere, derzeit erfolgen die Auswertung bzw. die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie weiterführende Abstimmung und so weiter. Sie kennen das. Beschlusskontrolle, nächster Termin, 30. Juni 2021. Dem einen oder anderen wird wahrscheinlich heute schon klar, dass auch morgen nichts passieren wird. Wir haben momentan einen Feingrund, die Pandemie, Corona. Ja, diese Beispiele, die ließen sich endlos fortsetzen. 2011 gab es im Übrigen schon einmal eine Auflistung nicht erfüllter Ratsbeschlüsse. Damals waren das 40 Seiten, nicht wenige davon betrafen die Fragen der Umwelt. Ja, und nach acht Jahren grüner Mitbestimmung ist dieses Ergebnis ein Desaster. Viele Worte, viele Beschlüsse, viele Bäume, die sterben mussten. Ja, Karl der Käfer wurde nicht gefragt, damit auf dem Papier mal wieder die Welt gerettet würde. Ja, in der Praxis passiert allerdings wenig. Wir meinen als Freier Wähler, was Dresden benötigt, sind eben nicht weitere aktuelle Stunden wie diese, weitere Beschlüsse, die niemals umgesetzt werden, sondern, ich glaube, mehr Ehrlichkeit und auch mehr Druck von uns Stadträten auf die Verwaltung, dass die getroffenen Beschlüsse endlich umgesetzt werden. Angstmache mag ja ein gängiges politisches Geschäftsmodell sein und gerade auch Hochkonjunktur bei den Grünen haben, aber wir lehnen das ab. Wir, die Freien Wähler, setzen auf mündige Bürger, auf unsere Wählerschaft. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion. Herr Böhm, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ganz kurz ein Wort zum Kollegen Dr. Deppe. Geld kann man nur einmal ausgeben. Und die 10 Millionen, die wir, sage ich mal, als Sonderprogramm für den Corona-Bereich ausgegeben haben, die sind nun weg und die werden uns fehlen. Aber die sind für einen guten Zweck ausgegeben und nochmal so eine Nummer für den Klimaschutz werden wir wohl nicht hinkriegen. Okay. Tenor der aktuellen Stunde soll der Umgang mit Klimaschutz nach dem Abklingen der Corona-Pandemie sein. Das impliziert ein Stück weit, dass wir das Gröbste bereits hinter uns hätten und ein Ende abzusehen wäre. Wenn man Virologen, Volkswirtschaftlern, der Kanzlerin und unserem Oberbürgermeister und Finanzbürgermeister Glauben schenkt, dann ist dem aber nicht so, sondern insbesondere die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen werden uns noch über Jahre beschäftigen und auch Auswirkungen auf die Umsetzung von Klimaschutzzielen für die Landeshauptstadt haben. Insoweit ist die Debatte eigentlich verfrüht und man muss manchmal auch die Prioritäten neu setzen. Unabhängig davon ist natürlich vieles bereits gesagt. Überwärmung der Innenstadtquartiere, Trockenheit und den damit verbundenen Baumsterben, das wissen wir alle und wir müssen uns als Rat im Rahmen unserer Möglichkeiten damit befassen und nach Lösungen suchen. Liebe Grüne, nun bedeutet das von Ihnen vehement geforderte rasche Handeln aber auch, und die Kollegin Vorrednerin hat das schon gerade angedeutet, dass in der Vergangenheit offensichtlich zu wenig in diesen Bereichen gemacht wurde. Wer bitte, liebe Grüne, gehörte in den letzten Jahren denn der Gestaltungsmehrheit an und stellte die Bürgermeister im Umwelt- und Stadtentwicklungsbereich. Nun aber auch zu einigen inhaltlichen Punkten. Wir hatten Ende letzten, Anfang des Jahres gemeinsam eine Fortschreibung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes beschlossen. In diesem Zusammenhang sollen Ziele und Maßnahmen diskutiert werden. Dieses bislang noch nicht erfolgt. Wir erwarten entsprechende Vorschläge von der Verwaltung und werden dann die Diskussion führen. Wir halten wenig davon, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in die Geschäftspolitik unserer städtischen Unternehmen einzugreifen. Aus der Anhörung der Drehwag haben auch deutlich gemacht, wie wenig Spielräume dort mittlerweile für grüne Wunschvorstellungen vorhanden sind. Wir halten ebenfalls wenig vom Bau von Windkraftanlagen, beispielsweise im Hochland oder im Bereich Gombitz oder entlang der Autobahn. Hierfür ist unser Stadtgebiet zu stark besiedelt, um die bekannten negativen Auswirkungen für die Anlieger auszuschließen. Das Thema Ausbau von Solarenergie hatten Sie als Grünen in den letzten Jahren mit Ihren Bürgermeistern selber in der Hand. Insoweit tragen Sie für einen zu geringen Ausbau selber die Verantwortung. Gleiches gilt für das Thema Stadtentwicklung und Stadtplanung. Beim Thema Stadtentwicklung müssen wir uns alle die Frage stellen, wie viel Innenverdichtung wir noch zulassen wollen und ob es nicht an der Zeit für einen Paradigmenwechsel ist und wir die weiter wachsende Stadt stärker in den Außenbereichen verdichten. Flächen sind zwischen dem Kernstadtgebiet und den Ortschaften genug vorhanden. Damit ist aber auch eine deutlich bessere ÖPN-V-Anbindung der Ortschaften und des Umlandes verbunden und daran krankt es jetzt schon. Denn nur so kann der Pendlerverkehr und damit auch die verkehrsbedingte CO2- und NOx-Belastung in der Innenstadt deutlich verringert werden. Jedoch fehlt es auch hier bislang an entsprechenden umsetzbaren Konzepten für Ausbau und Finanzierung. Und da geht es schon bei fehlenden P&R-Plätzen los. Auch hier, liebe Grüne, steht ihr seit Jahren selber in der Verantwortung. Neben einer besseren Anbindung der Ortschaften sind für uns insbesondere Klimaanpassungsmaßnahmen wichtig, wie beispielsweise unsere Unterstützung für das Straßenbahnkonzept und unser heutiger Antrag für mehr Stadtgrüne auf privaten Flächen zeigen. Wir werden in Kürze die Haushaltsverhandlung starten. Dann ist der richtige Zeitpunkt, über machbare Maßnahmen und deren Finanzierung zu beraten. Da gilt es dann abzuwägen zwischen den Forderungen nach mehr Klima- und Umweltschutz und den städtischen Pflichtaufgaben, sowie den anderen Forderungen und Wünschen von Bildung, Sozial-, Kultur-, Sport-, Wirtschaftsbau- und Umweltpolitikern. Liebe Grüne, kommen Sie gern mit Vorschlägen für geeignete Klimaanpassungsmaßnahmen und deren Finanzierung, insbesondere auf deren Finanzierung, auf uns zu. Eines ist jedoch klar, genau wie vor Corona ist uns auch während und nach Corona eine seriöse und solide städtische Investitions- und Haushaltspolitik wichtig. Vielleicht noch ein letzter Satz. Über die Prioritäten für Klima- und Umweltschutz entscheiden vordringlich die verantwortlichen Bürgermeister mit deren Wichtung in ihren eigenen Budgets und Dezernaten. Wer trägt nochmal die Verantwortung in den dafür insbesondere wichtigen Bereichen Umwelt, Bau und Verkehr? Danke. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion. Herr Braun, bitte. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Elf Monate fiel praktisch kein Regen. Die Temperatur lag 5 bis 7 Grad über den Normalwerten des 20. Jahrhunderts verbreitet. Seitdem muss die Temperatur im Hochsommer über 40 Grad geklettert sein. Unzählige Waldgebiete in Europa gingen in Flammen auf. Beißender Rauch trübte das Sonnenlicht. Im ganzen Sommer wurde kein einziges Gewitter registriert. Schon im Mai wurde das Wasser knapp. Brunnen und Quellen fielen trocken. Die Mühlen standen still. Die Leute hungerten. Das Vieh wurde notgeschlachtet. Die Rede ist natürlich nicht von Sommern der letzten Jahre, sondern vom Katastrophenjahr 1540. Schätzungsweise eine halbe Million Menschen sollen dieser Dürre in Europa zum Opfer gefallen sein. Wie Oliver Wetter in seinem Buch Die beispiellose Hitze und Dürre von 1540, ein Katastrophenszenario, schreibt. Wem meine vorangegangenen Ausführungen bekannt vorkommen, täuscht sich nicht. Sie entstammen einer Rede des vormaligen AfD-Stadtrats Jörg Urban vom 20.09.2018 zur von den Grünen beantragten Aktuellen Stunde zum Thema Konsequenzen aus Hitze und Dürre in Dresden. Was muss die Landeshauptstadt tun? Ich hätte auch aus der AfD-Rede von den Grünen beantragten Aktuellen Stunde zum Thema Wie kann Dresden bis 2035 zur klimaneutralen Stadt werden? von 2019 zitieren können. Oder von der Aktuellen Stunde zum Thema Starkregen, Hitze, Hochwasser. Wie reagiert die Stadt auf den Klimawandel von 2017? Wenn sich die Grünen wiederholen, wie Herr Dr. Deppe wieder eindrucksvoll dargelegt hat, können wir das auch. Seit Jahren wird durch die Grünen das immer gleiche Maßnahmenbündel gefordert. Lassen Sie mich einige Punkte herausgreifen. Statt einer Gefährdung der Wasserversorgung, wie gerade dreist behauptet wurde, hat der Pro-Kopf-Verbrauch in den letzten 30 Jahren um ein Drittel auf täglich 102 Liter abgenommen. Der moderate Anstieg der letzten Jahre ist auf wachsende Bedarfe der glücklicherweise noch vorhandenen Industrie zurückzuführen. Einschneidende Maßnahmen, wie immer wieder von Herrn Dr. Deppe gefordert, führen entweder zu drastischen Benachteiligungen für den Wirtschaftsstandort Dresden oder gehen zu Lasten der Lebensqualität der Dresdner Bürger. Bedeutend mehr Baumpflanzungen wurden gefordert. Der Straßenbaumbestand etwa ist in den letzten zehn Jahren um fast zehn Prozent gewachsen. Doch Initiativen wie 500.000 Bäume für Dresden zeigen, dass es nicht am Willen mangelt, sondern an geeigneten Standorten für Baumpflanzungen. Dach- und Fassadenbegrünungen mögen für die einen der Inbegriff für eine lebenswerte Stadt sein. Für Investoren hingegen sind sie ein Kostenfaktor. Putz- und Mauerwehr können durch die Feuchtigkeit Schaden nehmen. Selbstklimmer können die Fassade beschädigen. Kosten, die im Zweifel auch auf Mieter umgelegt werden. Ihre Klimakonzepte sind nämlich nicht zum Nulltarif zu haben. Wozu übermäßig restriktive B-Pläne führen, hat das von der linken Stadtratsseite durchgedrückte kooperative Baulandmodell gezeigt. Zu hohe Lasten für Investoren. Jetzt wollen sie die gleichen Fehler wiederholen. Wozu ihre Klimapolitik führt und mit welchen unhaltbaren Prognosen sie unterwegs sind, zeigt die EEG-Umlage, die laut ihrem führenden Umweltminister Trittin höchstens eine Kugel Eis kosten sollte für den Durchschnittshaushalt. Deutschland hat heute die höchsten Strompreise und gleichzeitig eine nachlassende Netzstabilität. Es gibt keine geeigneten Speichertechnologien. Der moderne Batteriespeicher in Dresden-Reich schafft gerade einmal für ca. 5 Minuten den Bedarf aller Dresdner Haushalte zu speichern. Industrie nicht inbegriffen. Immer wieder werden die gleichen unausgegorenen Konzepte Jahr für Jahr zur aktuellen Stunde vorgetragen. Das überrascht aber nicht. Schließlich leisten sich die grünen Personen als potenzielle Kanzlerkandidaten, die Kobolde für seltene Erden halten und glauben, dass man Strom in Stromnetzen speichern kann. Oder sie haben führende Parteivertreter, die zum Eisessen nach Kalifornien chatten oder fröhlich ein Happy Meal verspeisen, während sie Fastfood-Werbung verbieten wollen, Wasser predigen und Wein trinken. Das alles ist nicht neu. Das hat die AfD-Fraktion hier im Stadtrat immer wieder betont. Neu ist hingegen die aktuelle Situation um Corona. Wir erleben einen historischen wirtschaftlichen Einbruch mit einem deutlichen Anstieg der Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit. Viele Menschen blicken sorgenvoll in die Zukunft. Das ist die aktuelle Herausforderung, der wir uns zu stellen haben. Die grünen Forderungen laufen letztlich auf einen permanenten Klima-Lockdown hinaus. Ihr grüner Fraktionskollege Schlick hatte ja bereits im April diesen Jahres gefordert, die Wirtschaft jetzt mal gegen die Wand zu fahren. Werden die grünen Maßnahmen flächendeckend umgesetzt, wird die Wettbewerbsfähigkeit Schaden nehmen. Die Bürger haben noch mehr Abgabensteuern und höhere Lebenshaltungskosten zu schultern. Und dem Klima, das sie ja vorgeblich retten wollen, wird dadurch nicht geholfen. Die realisierten Einsparungen an CO2 werden überkompensiert durch aufstrebende wirtschaftlich erfolgreiche Länder wie China, Indien, Brasilien oder Indonesien. Während Deutschland dadurch nur als ein Beispiel für die Welt dient, wie man es gerade nicht macht. Vielen Dank. Als nächste Fraktion die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Erster Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Livestream. Ich wollte eigentlich die Finanzen nicht an den Anfang stellen, aber da die heute schon massiv angesprochen wurden, auch dazu ein paar Worte. Natürlich können wir, und das kann jeder, jeden Euro nur einmal ausgeben. Aber gerade die Pandemie hat uns gezeigt, dass es bitter not tut, das Finanzsystem insgesamt in Deutschland vom Kopf auf die Füße zu stellen. Dort gilt es, umzusteuern und nicht noch mehr bei den Armen zu sparen. Wer sich den Armut-Reichtumsbericht anschaut, sieht, dass die Schere immer weiter auseinander geht und dass es endlich not tut, auch aus Dresden heraus das Geld von den Superreichen auch zu nutzen und ganz im Sinne für das Gemeinwohl zu nutzen, ganz im Sinne des Grundgesetzes Eigentum verpflichtet. Wir können hier aus Dresden tatsächlich einiges dazu tun, sowohl im Bund-Länder-Finanzausgleich hinzuwirken und wir können im Städtetag darauf hinwirken und wir können und das als Appell an SPD und CDU, wir können die Regierung auffordern, endlich entsprechend zu handeln und auch Fonds sowohl für Soziales als auch für die Umwelt zur Verfügung zu stellen. Klimaschutz in und nach der Corona-Pandemie, so heißt das Thema heute. Was ist uns als Linke besonders wichtig? Wir sind uns mit den grünen Initiatorinnen einig. Klimaschutz, der Schutz der natürlichen Lebensumwelt, muss für die Stadt Dresden eine Aufgabe höchster Priorität sein. Deshalb haben wir am 30. Januar dem Beschluss gern zugestimmt. Denn die Erhaltung einer gesunden Lebensumwelt ist eine wichtige soziale Frage. Viele Fakten hat Dr. Deppel heute bereits vorgetragen, darauf möchte ich deshalb verzichten. Welche Aufgaben sind aus der Sicht der Linken jetzt besonders dringlich? Und nebenbei kurbelt das auch wie so oft beschworen heute die Wirtschaft an. In der Pandemie wurde mehr Fahrrad gefahren. Das Fahrrad als Transportmittel wurde wieder entdeckt. Aber unsere Pläne für das durchgehende Fahrradwegenetz liegen immer noch mehr in der Schublade, als dass sie umgesetzt werden. 2018 hat der ADFC eine Umfrage gestartet, bei der 75% der Fahrradfahrer innen sich im Straßenverkehr gefährdet fühlen. Dort muss endlich etwas getan werden. Die Sicherheit der Fahrradfahrenden muss endlich erhöht werden. Das gleiche betrifft den Fußverkehr. Es geht um den Bau von Kreisverkehren zum Beispiel mit markierten Fußgängerüberwegen. Es geht um Fahrrad- und fußfreundliche Ampelschaltungen. Das wiederum senkt auch den CO2-Ausstoß der Autofahrenden, weil wenn man durchgehend fahren kann, es deutlich weniger Feinstaub als auch SOX produziert. Wir wollen das Sozialticket stärken. Wenn wir heute schon mehrfach den Doppelhaushalt angesprochen haben, ist das ein wichtiger Punkt, die Finanzen wieder einzustellen. Die Drehwag spielte heute schon eine Rolle. Auch hier kam im Gespräch mit VertreterInnen der Drehwag zum Ausdruck. kann die Stadt etwas tun, nämlich indem sie das Segment Dresden Strom Natur oder Drehwag stärkt und entsprechend für sowohl die Verkehrsbetriebe als auch für die Verwaltung als auch für die städtischen Beteiligungen die Verträge entsprechend anpasst. Es gibt noch den weiteren großen Komplex, auf den ich jetzt heute gar nicht mehr eingehen kann. Es ist die Frage Solarenergie, es ist die Frage Frischluftschneißen. Da haben wir heute noch mal die Möglichkeit in der Frage Fortschreibung Straßenbraunkonzept etwas dazu zu sagen. Und es ist natürlich notwendig, die Potenziale der Bauleitplanung auszuschöpfen. Aber bei allen den Dingen, die ich jetzt genannt habe, sind Investitionen immer mit sozialem Augenmaß notwendig. so wie bei der Braunkohleverstromung, die eingestellt werden muss und soll für Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze geschaffen werden, müssen wir hier in Dresden immer bei allen Maßnahmen das Wohl der Menschen, die hier in dieser Stadt leben und insbesondere derer, die nicht mit Euros um sich werfen können, besonders im Auge haben. Dankeschön. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion Herr Engel, bitte. Ja, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich empfand die Debatte jetzt stellenweise als fast schon erwartbar an vielen Punkten. Das ist irgendwie fast schön. Wir haben über das Thema an der Stelle offenbar schon einige Male diskutiert. Ich würde gerne zu Anfang auf den Redebeitrag von Frau Dr. Geitsch noch mal kurz eingehen. Natürlich kann man immer sagen, ja, da muss mehr gemacht werden, möge das Geld mal auf uns niederrieseln. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass in dem Bereich schon einiges passiert. Also wenn ich mir zum Beispiel den Bereich Verkehr rausnehme, das ist eine Sache, über die gerade hier auch schon sehr umfangreich diskutiert wurde. Der Bund hat das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz massiv umgestellt in letzter Zeit. Förderschwelle von 50 auf 30 Millionen Euro runter. Jährlich Anstieg der Förderung bis zum Jahr 2025 auf 2 Milliarden Euro. Das sind Sachen, die müssen die Kommunen dann auch nutzen. Und da müssen wir dann entsprechend mit Planung auch reingehen, um tatsächlich auch die Möglichkeiten auch als Stadt nicht gut, wenn wir die Möglichkeiten, die vielleicht auch in letzter Zeit entstanden sind, immer nur kleinreden, sondern wir müssen glaube ich auch die Chancen, die es gibt, auch beherzt in den nächsten Jahren nutzen. Und da möchte ich tatsächlich auch zu den drei Kernpunkten kommen aus Sicht der SPD-Fraktion. Aus unserer Sicht ist es sehr relevant, Klimaschutz wirklich in der kompletten Breite zu erfassen, wirklich zu gucken, was sind wie wird Strom produziert. Aber ich glaube wir müssen da ein bisschen breiter diskutieren. Wenn man sich anschaut, wie sich Klimaschutz auch in nächsten Jahren entwickeln soll, da haben wir in einigen Bereichen schon recht gute Fortschritte gemacht, zum Beispiel beim Thema Gebäude, auch durchaus bei Einsparungen in der Industrie. Wir haben aber zum Beispiel massiven Nachholbedarf nach wie vor bei CO2 Einsparungen im Bereich Verkehr und auch bei der Energie Produktion selbst. Und ich glaube das sind tatsächlich auch Lehren, das kann man auch in diversen Klimaschutzpapieren der Bundesregierung nachlesen, die müssen wir auch hier in Dresden vor Ort auch umsetzen. Und Herr Blödner, Sie haben gesagt, da können wir nicht so viel machen. Ich glaube bei so was wie Verkehrspolitik haben wir als Stadt sehr viele Möglichkeiten wie wir gestalten können. Natürlich können wir das nicht alleine bewahren auch Appelle auf andere Ebene zu richten. Nein, natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass wir auch gut daran tun, da uns einen eigenen Beitrag zu leisten. Und aus meiner Sicht ergibt sich ein zweiter Punkt, der für die SPD Fraktion auch zentral ist. Klimaschutz ist auch eine Aufgabe für alle Bereiche der Stadtverwaltung. Das wird nicht damit getan sein, dass wir im Stadtrat immer sagen, die beiden Geschäftsbereiche sollen ihre Arbeit machen und dann ist alles gut. Ich bin Trotzdem hängt es am Ende vom Zusammenwirken aller Geschäftsbereiche auch ab, damit wir da wirklich spürbar vorankommen. Und natürlich muss es am Ende auch so sein, dass sich ein Straßenbaumkonzept, was wir hoffentlich heute noch beschließen werden, dann zum Beispiel auch in konkreten Sanierungsvorhaben auch widerspiegelt. Und dass ich dann halt zum Beispiel auf einem Bischofsplatz mal spürbar mehr Bäume habe und nicht nur so eine klägliche Steigerung wie aktuell im Entwurf vorgesehen. Das sind so ganz konkrete Konsequenzen, die wir dann glaube ich auch ziehen müssen. Und aus Sicht der SPD-Fraktion ist noch ein dritter Punkt zentral, Klimaschutz ist immer auch eine soziale Frage, weil es geht beim Klimaschutz sowohl darum, bei der Durchführung die soziale Frage nicht aus dem Blick zu verlieren, nicht bestehende Ungerechtigkeiten noch stärker, noch größer werden zu lassen, sondern es geht eben auch darum, einen guten Umgang mit den Folgen zu bekommen. Denn wer wird denn zuerst auch von den Klimafolgen getroffen? Das werden nicht die Leute sein, die möglicherweise einen neuen Wohnort suchen können, die möglicherweise ein Penthouse mit einer tollen Klimaanlage wären. Das werden tendenziell die Leute sein, denen es vielleicht nicht so gut geht. Das sollte man bei Klimaschutz auch immer im Hinterkopf behalten. Und wenn wir diese Maßgaben im nächsten Doppelhaushalt auch beachten, damit nicht guter Dinge, dass wir auf einen spürbaren Schritt vorankommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nach Ende der Fraktionsrunde spricht für die Verwaltung Herr Kollege Schmidt-Lamontain zum Abschluss dieser Aktuellen Stunde. Vielen Dank. Vertretungsweise für den Geschäftsbereich 7. Aber wie es zu verwillt, habe ich mich in letzter Zeit noch viel stärker als sonst mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt. Bevor ich die Position des Gmb7-Vortrages will ich zumindest zwei, drei Stichworten, die gerade gefallen sind, auch aus meinem Geschäftsbereich noch mal kurz was sagen, um mich nicht des Verdachtes auszusetzen, auf gewisse Fragestellungen nicht antworten zu wollen. Radverkehr, wir haben oft gehört, es muss endlich was getan werden. Wir tun was. Und zwar ist es so, dass wir seit Beschluss des Radverkehrskonzeptes 60 Maßnahmen umgesetzt haben, derzeit 125 Maßnahmen in Vorbereitung haben. Es gibt natürlich auch Maßnahmen, die ruhen, man kann nicht alles auf einmal machen. Warum sieht man so wenig im Stadtbild? Das ist ganz einfach. Wir haben uns bei der Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes mit Fachleuten gemeinsam einem runden Tisch darauf verständigt, dass die Priorität 1 Maßnahmen, die mit höchster Dringlichkeit und schnellstmöglich umgesetzt werden sollen, die Maßnahmen sind, die das Thema Verkehrssicherheit betreffen. Das sind oftmals die richtige Herangehensweise. Elbe-Radweg, der seit Jahren ruht, warum ruht er denn? Er ruht wegen der Entscheidung, die Waldschlösschenbrücke zu bauen und der gerichtlichen Feststellung, dass der Bau der Waldschlösschenbrücke elementare Umweltrechte verletzt hat und das gesamte Umfeld der Waldschlösschenbrücke dementsprechend auch neu betrachtet werden muss unter Umweltgesichtspunkten, wo der Geschäftsbereich 6 und 7 seit fünf Jahren versuchen, einen Scherbenhaufen erneute Planfeststellung nachträglich für die Waldschlösschenbrücke zum Abschluss zu bringen und deswegen können wir jetzt auch erst die Maßnahme des Elbe-Radweges auf der Johannstädter Seite wieder anschieben. Das ist so, damit muss man irgendwie umgehen und das führt dazu, dass gewisse Dinge dann im Feld der Waldschlösschenbrücke auch mal ruhen. VWZ, klar kann man die Haltung einnehmen, es wäre schön, wenn dort ein Park entsteht. Ich wäre auf die Debatte gespannt gewesen, wenn wir als Verwaltung vorgeschlagen hätten, die vielen Stellplätze dort wegzunehmen, um einen Park einzurichten. Wäre vielleicht ein Experiment wert gewesen, wie solche Diskussionen ausgehen, konnten wir ganz gut sehen, bei der Frage, Stellplätze wegzunehmen am Pörnarschen Platz für die Schaffung des Promenadenrings. Also ob das sozusagen eine mehrheitsfähige Position gewesen wäre, würde ich mal in Frage stellen. Aber ich will ja eigentlich zum Thema Klimawandel reden. Klimawandel ist die zentrale Herausforderung für unsere Gesellschaft, insbesondere auch vor der Frage der Generationengerechtigkeit. Wir reden also über die Frage, wie wollen wir eigentlich diesen Planeten unseren Kindern oder Enkelkindern übergeben. Und wenn man dann mal die letzten Jahre auswertet und guckt, wozu der dramatische Anstieg, nein, wozu der Klimawandel eigentlich zurzeit hier in Dresden führt, es ist so, dass wir jetzt den dritten trockenen Sommer in Folge haben, einen dramatischen Anstieg von Verlusten von Straßenbäumen verzeichnen, während wir im Jahr 2017 noch den Verlust von 78 Straßenbäumen hatten, haben wir im Jahr 2020 den Verlust von 750 Straßenbäumen, also den Faktor 10, 200 davon alleine in Parkeinlagen und dort vor allem auch große Altbäume. Dazu kommt ein Baumverlust in Wäldern, 3200 Festmeter haben wir allein in 2020 verloren. Der Grundwasserspiegel wurde vorhin auch schon angesprochen, liegt zurzeit einen halben Meter unter dem langjährigen Mittelwert, den wir zu dieser Jahreszeit üblicherweise haben. Dazu kommen gesundheitliche Belastungen, Klimaerwärmung belastet das Herz-Kreislauf-System, es gibt Modellberechnungen des Umweltbundesamtes, nach denen ein Grad Celsius Erwärmung circa 5000 zusätzliche Sterbefälle pro Jahr hervorruft. Wenn man das runterbricht auf Dresden und sagt, wir nehmen die 2 Grad Erderwärmung an, bedeutet das 70 zusätzliche Todesfälle pro Jahr. Also insofern schon elementare Auswirkungen auf das Alltagsleben von uns allen. Was tun wir als Verwaltung? Wir schreiben derzeit das Energie- und Umwelt- und Klimaschutzkonzept fort. Die Vergabe wird gerade vorbereitet, erfolgt Ende 2020. Sie haben vorab darum gebeten, dass wir vor Beginn der Beratung zu ihren Haushaltsklausuren einen Zwischenbericht mit kurzfristig zu realisierenden Klimaschutzmaßnahmen erstellen und deren Finanzierung, der wird in Kürze vorgelegt und ab Herbst 2020 stellen wir außerdem die Auswirkungen auf Treibgasemissionen und Stadtklima aller Stadtratsvorlagen in den Vorlagen vor, sodass sie dann entsprechend auch wissen, worüber sie hier eigentlich entscheiden. Gerade in der Innenstadt, auch das wurde angesprochen, haben wir oft das Spannungsfeld zwischen Nachverdichtung und Großgrün und weil wir die Entwicklung der Stadt hier nicht ausbremsen wollen, ist es so, dass wir umso mehr entsprechende Ausgleiche für das, was wir tun und Kompensation für das, was wir tun brauchen. Und ganz ehrlich, das fiel eben auch schon, das Ausweichen und das Ausweiten in Landschaftsschutzgebiete hinein kann ja nun irgendwie auch nicht die Lösung sein. Insofern haben Sie den Mut für die Haushaltsplanberatung, lassen Sie sich durch diese kurzfristige Krise, die wir derzeit durchleben, nicht die Vision für eine gemeinsame globale Zukunft rauben und diskutieren Sie bei den Haushaltsklausuren nicht nur über die Frage, wie wir mit der Corona-Pandemie umgehen wollen, sondern auch über die Frage, wie wir den Klimaschutz in der Zukunft bewältigen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Die zweite Aktuelle Stunde ist damit beendet.